Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! In dieser Woche beginnen die Beratungen zum Bundesetat 2017. Dieser Etat wird der vierte in Folge sein, indem wir die schwarze Null erreichen. Das ist ein immenser Erfolg. Seit 2014 decken unsere Einnahmen die Ausgaben. Und was im Kleinen für jeden Haushalt gilt – ich bin nicht einmal Schwabe, sondern Sachse –, das gilt nun endlich auch im Großen für unseren Bundeshaushalt. Doch dieses Ergebnis kommt nicht von ungefähr. Das ist das Ergebnis langer und konsequenter harter Arbeit der unionsgeführten Bundesregierung. Aber dieser Erfolg ist in Wahrheit dieses Mal noch sehr viel größer, als er auf den ersten Blick erscheint. Warum ist das so? Der Erfolg ist noch viel größer, weil das vergangene Jahr kein normales Jahr gewesen ist. Im vergangenen Jahr kamen über eine Million Menschen zu uns, Menschen, die größtenteils vor Krieg, Zerstörung, Verfolgung und Tod geflohen sind. Wir nehmen sie bei uns auf, bieten ihnen Sicherheit und Frieden. Dazu verpflichtet uns unser christliches Menschenbild und unser humanitärer Anspruch. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass all dies viel Geld kostet. Versorgung, Unterbringung, Betreuung, Integration sind alles nicht für Kleingeld zu haben. All das kostet Milliarden. Und unter diesen Bedingungen dennoch die schwarze Null zu halten, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist doch ein viel größerer Erfolg. Welcher Staat Europas wäre denn in der Lage gewesen, über eine Million Menschen aufzunehmen mit allem Nötigen zur Versorgung, ohne dafür neue Schulden aufnehmen zu müssen? Zur Bundestagswahl 2013 ist die Union im Bereich der Haushalts- und Finanzpolitik mit zwei zentralen Versprechen gestartet. Erstens, mit der Union gibt es keine Steuererhöhungen. Und zweitens, wir erreichen die schwarze Null. Beides haben wir geschafft. Und das alles, ohne dass es in unserem Land irgendjemanden schlechter geht als vorher. Im Gegenteil, meine sehr geehrten Damen und Herren, Deutschland ist die mit Abstand stärkste Volkswirtschaft Europas. Deutschland ist der Motor Europas. Das war nicht immer so. Unter Rot-Grün galt Deutschland noch als der kranke Mann Europas. Doch seitdem die CDU mit Angela Merkel regiert, lieber Johannes Kahrs, hat sich das grundlegend geändert. Und das wissen wir alle. Die Arbeitslosenzahlen sinken seit Jahren. Noch nie seit der Wiedervereinigung hatten so viele Menschen Arbeit und gab es so wenige Arbeitslose. Zum 1. Juli ist das Rentenniveau gerade im Osten um nahezu um 6 Prozent gestiegen. Der größte Anstieg seit 23 Jahren. Und auch die Reallöhne sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Und auch in den nächsten Jahren werden wir weitere Früchte unserer Arbeit ernten können. Da bin ich mir sicher. Zum Beispiel, es wurde schon angesprochen, Steuerentlastungen. Wenn wir darüber reden, endlich die Steuerlast senken zu können, dann können wir dies doch nur, weil wir uns die Spielräume dafür erwirtschaftet haben. So sind die Träumereien auch des vornehmlich linken politischen Spektrums zerplatzt. Die einst forderten Steuersenkungen doch auf Pump zu finanzieren und zu hoffen, dass der dadurch generierte Aufschwung das nötige Geld schon in die Kassen spülen würde. Und gerade als jüngster Haushälter der Unionsfraktion freut es mich doch besonders, dass wir endlich damit aufhören, Politik zu lassen und auf Kosten der jungen Generation zu machen. Dass wir endlich aufgehört haben, Schulden anzuhäufen, die irgendwann irgendjemand abbezahlen muss. Im Gegenteil, in den letzten Jahren haben wir endlich begonnen, die Investitionen in den entscheidenden Bereichen massiv nach oben zu fahren. Wissenschaft, Bildung, Verkehr, Infrastruktur, das sind doch die Bereiche, in denen sich die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft entscheidet. Und all diese Investitionen können wir stemmen, ohne auch nur einen Cent neue Schulden aufnehmen zu müssen. Und das ist es, was mich glücklich stimmt. Das ist die Leistung der unionsgeführten Bundesregierung und auch die Leistung des Finanzministers Wolfgang Schäuble. Und unser Weg ist Vorbild. Letztes Jahr haben bereits zehn von 16 Bundesländern ebenfalls Überschüsse erwirtschaftet. Steuererleichterungen sind nun die richtige Fortsetzung des begonnenen Weges. Aber eben nur in dem Rahmen, wie es uns auch der Haushalt und die schwarze Null erlaubt. Sie sehen also, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben unser Versprechen gehalten. Vor Jahren wurden wir noch dafür ausgelacht und beschimpft für unseren Ansatz, der nun Vorbild ist. Erst den Haushalt in Ordnung bringen und dann die erwirtschafteten Spielräume verantwortungsvoll nutzen. So geht Haushaltspolitik, die die Zukunft im Blick hat und nicht den nächsten Wahltermin. Die schwarze Null ist es, an der sich auch zukünftige Regierungen messen lassen müssen. Ich möchte, dass wir auch im letzten Jahr dieser Legislaturperiode weiterhin uns auf unsere Arbeit und auf unsere Aufgaben konzentrieren. Und daher ist es mir unerklärlich, wie man bereits ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl schon wieder in den Wahlkampfmodus schalten kann. Damit wird man seiner Verantwortung nicht gerecht. Und es ist wirklich bedauerlich, dass der Vizekanzler und Wirtschaftsminister Gabriel heute nicht anwesend ist. Denn auch er trägt bis zur Wahl noch eine ganz entscheidende Verantwortung für das Wohl dieses Landes. Und es ist ein Irrglauben, dass die Wählerinnen und Wähler solches Verhalten bei der nächsten Wahl honorieren würden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Johannes Kahrs, auf das Erreichte können wir stolz sein. Und diese Arbeit werden wir fortsetzen, indem wir alles tun, was heute gut und erforderlich ist. Indem wir zugleich und endlich nicht mehr die Berechtigten und Interessen der künftigen Generationen aus den Augen verlieren. Und für uns Haushälter heißt das 2017, die schwarze Null bleibt stehen, keine weiteren Belastungen für die zukünftigen Generationen. Stattdessen sprechen wir für die nächsten Jahre über weitere Investitionen in wichtigen Zukunftsbereichen und notwendige Steuererleichterungen. Lassen Sie uns da gemeinsam ans Werk gehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.